Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der 3-Stern-Hof. Einen wunderschönen guten Tag wünsche euch. Ich habe in der Zwischenzeit den schönen MP-Truck, äh, äh, den MP, ähm, den Unimog abgerätet. Und jetzt hat er 241 PS und ja, jetzt legen wir los mit Rasmen. Ah, dieser schöner Motorsound. Wenn das Getriebe schön hoch holt. Der Motor auf 1800 Umbringungen läuft, das ist ein schöner Sound. Ich finde das Ambiente hier drinnen, die fehlten. So, die Reifen werden auch schön grün. Warte mal in den Kommentaren, ob ich euch eine Mod-Liste von meinen Mods machen sollte. Ähm, kann ich es euch gerne machen, wenn es euch interessiert. Okay, entladen wir mal den Brescher. Oder der ist halt fertig. Machen wir mal den Rest fertig. So. Da unten noch was. Ja, in der Ecke. Dann haben wir mal weiter, was wir noch zu machen haben. Auch der 13 ist auch noch zum Abernten. Da ist Hafer, glaube ich, drauf. Ja, das ist ja noch. Dann oben noch. Und dann können wir abdanken. Dann können wir abdanken. Dann können wir abdanken. So. Jetzt noch abdanken, dann geht es in den nächsten Teil. Oh, sorry, wollte ich nicht. Warum muss das Scheinzimmer so machen? So, jetzt ist es leer. Jetzt können wir aufs nächste Feld fahren. So. Oh. Raid Nummer 13. Das ist unten weiter. Oh no. Licht draufgelegt. So, jetzt ist es richtig drauf. So. Okay, breit. Vorne sieht man es schon und da ist Hafer drauf. Und ja, das werden wir jetzt schnell abernten. Mal schauen, wie man dorthin kommt. Hier können wir mal einen Tal hinstellen. So, das können wir mit Curseplay machen lassen. So. Feld 13. So. 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 Ok. So. So. Ah, jetzt kriegen wir endlich mal Dings Einstellen So, jetzt können wir hier weitermachen, oder wartet kurz, muss ich das hier ausleeren. Haben wir überhaupt ein Lager? Nö, dann bauen wir uns schnell eins. Huch, was ist jetzt 110? Da müssen wir einen kleinen Kredit aufnehmen, das macht auch nichts. Da können wir dann alles. Huch, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ja, das Geld schreibe ich uns dann noch gut, macht euch darum keine Sorgen. So, meine Freunde. So, jetzt passt es perfekt. Jetzt können wir das abdanken. Oder ausleeren, wie man es auch immer nennen möchte. Oh, der Moda war schlau, keine Kollision drauf zu machen. So, dann geht's auf zum nächsten Feld. So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Und zwar... Was steht jetzt an? Wir können dann... Das sei ruhig gleich. Wartet kurz, ich muss nur immer was schauen. Und zwar bekomme ich hier immer das. Dann kaufen wir mal noch etwas. Und zwar einen... Feuer. Jetzt sind wir aber knapp bei Kast. So. Ah, jetzt muss ich erst zum Händler fahren, wegen dem Dinger. Oder haben wir keine Verkaufsstelle? Nein. Nö. Ja, das erledigen wir schnell noch. Und dann zeige ich euch gleich was auf dem Feld. Das Grasmen zeige ich euch das nächste Mal dann weiter. Oh, ah, oh. Sorry. Ah, sie ist eine Rube. So, jetzt muss ich kurz noch was schauen. Finger brauchen wir, oder? Kalk. Machen wir mal die ganze Putze hier voll. Jetzt sagen wir nicht, damit er kein Kalk kann. Eieieiei. Mann. Mann, kein... Den müssen wir wieder verkaufen. Schade. Soda. So. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr da habt, dann lasst gerne das Like da. Schaut zum nächsten Folge vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.